und willkommen zu einem neuen video und zwar ein neues booster opening wieder drei booster überschrittene schwellen ich mache hinter der kamera auf das erste an den code weg ich mache die nicht erst vor der kamera auf weil auch an den code weg weil hinter der kamera kann ich irgendwie besser öffnen aber man sieht schon ein schön gebliebenes päckchen ok so und los also haben wir hier zwölf ist knacklion makuhita nagelot maril energie suche wie wörth somnivora verkokel und geraldin cool und da sagt man geraldin ist spielstark dankeschön zwatronin das ist glaube ich das neue booster skellig spoink linfu radfratz felino wie schuh wie wörth groink inekoro schlappohr das bestimmt wieder das neue booster glibunkel nee das ist das neue tangela noch ein zwölf licht floink schwalbini mirabla oh cool kristallschild reverse wenn diese karte an ein schwarzes kaiwim ex angelegt ist verfügt es über 300 grund kp alter damit bekommt ein kaiwim 300 kp alter geil da passt ja mal so ex schwarzes kaiwim beulenhelm somniam und navitaub ok also ob der pull nun gut war naja mittelmäßig nicht schlecht ok das war es hier mit diesem booster opening die drei online codes stehen natürlich zum tausch beziehungsweise als extra bei meinem nächsten tausch und das war es mit diesem video und tschüss so